willkommen zurück zu einer weiteren folge youtubers live 1 hier auf meinem kanal ja ich weiß immer noch nicht wie man die eigenen rezepte kocht das ist ein bisschen shit also man kriegt ja irgendwie keine hilfe mehr glaube ich zumindest man kriegt keine hilfe mehr das ist scheiße das nervt und ich habe kein rezept mehr was ich kochen kann und ich will andere rezepte kochen ich würde gerne mit dem koch auch die 200.000 abonnenten marke erreichen aber irgendwie soll das wohl nicht sein wir kochen erst mal für das erste so gibt wieder money das brauchen wir aktuell wenn wir 100 bis 97 haben aber die nächste mieter ist bald fällig äh wir nehmen das da wir nehmen jetzt das da Nehmen wir das da. Ah, und das da jetzt. Ich verstehe das alles nicht. Na, ich weiß, du bist müde, du. Kannst dich dann gleich ausruhen gehen. Braten, kochen, rühren, alles schon auf den Max. So, nach dem Schlafen nehmen wir das nächste auf, das wäre dann das hier. Nehmen wir das da alles. Ich verstehe das halt einfach alles nicht. Wenn ihr wisst, wie ich mein eigenes Rezept anwenden kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dafür bin ich sehr dankbar. Denn es muss ja irgendwie weitergehen. Mit meinem YouTube Kochkanal. Ähm. Gila und Orange. Ich muss das da nehmen. Weil bei Lila würde ich einen Lustpunkt machen. Äh. Das da. Alter. Da brodelt es in der Küche. Äh. Äh. Das hier. Wir haben alles auf Max auf jeden Fall. Das ist nice. Und warum hat mein Dude so eine Hasenzähne? Ja. Pass mal auf. Oh mein PC. Ich gehe rein. Ich muss Videos machen. Und bei mir fahren sie wieder. Und bei mir fahren sie wieder. Ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. Oh. Aber ich habe einen neuen Rekord tatsächlich erstellt. Yeah. Nice. Mhm. Äh. Das hatten wir jetzt. Also müssen wir das hier machen. So. So. Einmal das. Grün und Gila. Dann nehmen wir das da. Äh. Orange. Und das andere ist egal. Dann nehmen wir das da. Äh. Orange. Dunkel. Nehmen wir das hier. Und machen wir das da. Ich muss warten. Wow. Uiuiui. Äh. Komm noch schneller. Jetzt. Das. 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 Und das. Das. Rennen. Fortfahren. Hochladen. Hochladen. Und wir gucken uns den nächsten Kurs an. Äh. Wir nehmen das hier. Hä? Habe ich das nicht erledigt? Loll. Ich dachte ich habe das gemacht. Die könnten mir auch ihre Rezepte einfach mal schenken. Das wäre das Beste überhaupt. Das. Äh. Das ist eine Reihe. Mal klar. Wir nehmen das da. Orange. Wir nehmen das hier einmal. Machen wir zwar bei grün minus. Ist aber erstmal Latte. Wir haben orange auf jeden Fall voll. Wir brauchen noch das dunkle. Scheiße. Geht nicht anders. Die Videoqualität natürlich richtig mies gerade. Äh. Lassen wir schnell was snacken hier. Mhm. Mhm. Ändern. Akzeptieren. Hochladen. Ja. Um den PC kümmern wir uns gleich. Präparieren. Wir müssen nämlich gleich Essen kaufen. Kann man das auch über den Kühlschrank? Äh. Sandwich Essener. Äh. Du bist kein schlechter Kocher, aber benutze den Thermomixer nicht so oft. Man merkt, dass du ihn verwendest. Jetzt musst du auch mal wieder Pip raushauen hier. So. Dann pippen wir eine Runde. Und jetzt unternehmen. Zeig mal her. Ich verstehe das einfach nicht. Und es gibt keine Hilfe mehr. Das ist mies. Und es gibt keine Hilfe mehr. Und es gibt keine Hilfe mehr. Und es gibt keine Hilfe mehr. Wie war ich gerade? 25 Dollar das Ticket. Mit 30 Dollar das Ticket. Komm, du darfst mit. Wir müssen unbedingt den PC mal aufrüsten. Wir müssen das Gerät mal aufrüsten. Darauf von meiner Seite her erstmal einen kalten Schluck Latte Macchiato. Und ja, es ist Eis Latte Macchiato. Geilste überhaupt. Warte mal, bleib mir hier. Was verdient der? Ja komm, gönnen wir uns mal. Wie viel haben wir noch? 10. Reicht nicht. Reicht hinten und vorne nicht das Geld. Ei, ei, ei. So, neue Tastatur ist da. Neues Gehäuse ist da. Neue Maus ist da. Und das? Neue Webcam. Okay. Hier. Das. 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 Das da. Aufnahme stamm. Oh Gott. Nehm das da. grün und lila wir nehmen das da nur lila am besten haben wir gar nichts dann nehmen wir das da orange abzug okay ich würde gern den hier nehmen wir nehmen das da das da und wir nehmen das da ich kann nur das rein scheiße dann mache ich minus jetzt ich habe sechs dollar minus wow ich sollte vielleicht mal was dagegen tun so 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 auf jeden fall neuen rekord draußen schnattern die frau so laut das ist nervig ich höre sich geschlossene fenster kommt hörer das auch schlimm los gehen wir arbeiten aber mich kotzt das mit den rezepten an ich weiß nicht warum es ist nervig es nervt einfach die karten dauert das ist eine witte zuerst weil sich ausdauer bekommen nach mein schlafbalken sind langsamer 800 hammer jetzt haben wir noch 500 so wir müssen auf ein event und hier du kommst mit dich will ich mir klären und wir hauen den pip raus und wir machen unseren kurs weiter so lange machen wir bis das cosplay beginnt machen wir den kurs warte mal wir sollten vielleicht mal kurz kleidung kaufen es ist ja ein cosplay ich könnte zwar als koch gehen wir können mal gucken was es gibt nö 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 So, wie es aber auf der Party weiter geht, anfangen wir mit dem nächsten Video. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben, das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Spammt mir die Kommentare, von wie ich meine Rezepte anwenden kann. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye. Bis zum nächsten Mal.